Ärgerlich. Schon wieder funktioniert das Wi-Fi nicht bis ins Schlafzimmer. Wer kennt die lästige Situation nicht? Abhilfe schafft hier das Devolo Gigagate. Das Devolo Gigagate ist nicht nur ein performanter WLAN-Access-Point, sondern vor allem ein High-Speed-Gigabit-Port, wo das Internetsignal mittels Punkt-zu-Punkt-Verbindung in einen anderen Raum übertragen kann. Einfachheit steht dabei im Zentrum. Im Lieferumfang des Devolo Starter Kit finden wir eine Basis- sowie eine Satellitenstation. Die zugehörigen Netzwerke und Stromkabel und schon ist man bereit zum loslegen. Die Basisstation verfügt über einen Gigabit LAN-Anschluss. Mit einer Verbindungsrate von 2 Gigabit pro Sekunde wird von dort das Internet zur Satellitenstation übertragen. Das ermöglicht auf dem unteren, blau markierten Anschluss einen Datendurchsatz von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und das Wireless. Die weiteren Anschlüsse können als normale Fast-Ethernet-Ports verwendet werden. So ist das Gigagate also gleichzeitig auch noch ein Netzwerch-Switch. Die Einrichtung des Devolo Gigagate ist dabei simpel. Die Basisstation wird mit einem bestimmten Netzwerch-Router verbunden, Strom anschliessen und bereits nach wenigen Sekunden zeigt ein blinkendes LED, dass die Basisstation bereit ist, einen Satelliten zu verbinden. Also heisst es nur noch den Satelliten im Schlafzimmer am Strom anzuschliessen, und abzuwarten bis sie sich automatisch mit der Basisstation verbindet. Dann das Netzwerch-Device, in diesem Fall ein Netzwerk-Player von Raumfeld, mit dem Devolo Gigagate verbinden. Und schon funktioniert die Verbindung und somit der Musik-Stream im ganzen Haus. Fazit Das Devolo Gigagate ist eine leistungsfähige und sehr einfache Lösung, um Internetprobleme in einem Haus oder in einer Wohnung mit wenig Aufwand zu lösen. Ob Smart-TV, Spielkonsole oder Netzwerch-Lautsprecher, alles kann so ganz einfach verbunden werden. Mittels der Software Gigabit Cockpit können alle erweiterten Einstellungen ganz einfach am PC gemacht werden. Nötig ist das aber nicht unbedingt. Die Netzwerk-Bridge funktioniert nämlich auch ganz ohne Einstellen und ist somit auch für technisch nicht so versierte ganz einfach zu installieren. Mit 279 Franken ist das Devolo Gigagate Starter Kit eine günstige und sehr benutzerfreundliche und stressfreie Internetlösung für zu Hause.